Leute, sowohl Bitcoin als auch Ethereum schließen die letzte Woche mit einer bärischen Kerze ab. Wir sehen es hier, sowohl Bitcoin als auch Ethereum mit einer bärischen Weekly Candle. Deswegen schauen wir uns heute das Ding mal an. Wir gucken natürlich auch auf die Daily. Wir sehen hier beim 20 Day Moving Average von Ethereum den Retest aktuell. Bei Bitcoin ist noch ein bisschen Platz. Wir haben zuvor dieses Cross gesehen. Eigentlich ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Es kam zum Retest, es kam zur Reaktion. Jetzt sehen wir vielleicht einen erneuten Retest. Darauf gehen wir Step by Step ein. Plus eine Eilmeldung. Wir sehen es hier, Bitcoin wird offizielle Staatswährung von El Salvador am 7. September. Da werden wir definitiv auch drüber sprechen. Und von daher, lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir gehen direkt in die Charts. Let's get started. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum Wochenausblick auf der Crypto Wall Street. Dein Kanal für brandaktuelle Analysen und News zu Bitcoin, Ethereum und Co. Mein Name ist Mo. Freut mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen es direkt auf Anhieb. Wiederum die letzten 24 Stunden sehr, sehr durchwachsen. Bitcoin und Ethereum mit kaum Movements. Cardeno mit leichten Gewinnen. Solana definitiv der Gewinner. wieder hier in den Top 10 mit 3,3% Gewinn. Wir haben letzte Woche schon immer wieder drüber gesprochen. Es kamen die ersten bärischen Signal. Ersten bärische Strukturen sind geformt worden. Und wir sehen es jetzt letzten Endes auch in den letzten sieben Tagen. Prozentualer Change. Bitcoin mit 4,7% Verlust in der letzten Woche. Ethereum mit minus 5,3%. Cardeno mit ganz, ganz leichten Zuwächsen. Der Gewinner wiederum Solana in der Top 10 mit 30,54%. Und von daher gucken wir uns heute mal an, wie könnte die kommende Woche aussehen für Bitcoin, Ethereum und Co. Und wenn dir dieser Content hier auf dem Kanal gefällt, smash the Like-Button. Abonniere diesen Kanal. Werde Teil der Community. Wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Und ganz, ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen Updates mehr verpasst. Und jetzt springen wir direkt in den Chart rein. Starten wir rein mit Bitcoin und wir sehen es. Hey, die letzte Woche wurde mit einer bärischen Weekly Candle beendet. Auch der Daily, die Daily Candle ist für mich ein Doji. Nichtsdestotrotz hatten wir hier das Cross in den Moving Average, also den gleitenden Durchschnitten vom 200er und 20er. Und so ein Cross nach oben hin ist eigentlich immer ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Nichtsdestotrotz konnten wir, sage ich mal, hier kein Follow-up geben nach dieser bullischen grünen Kerze, nach der Reaktion, nach diesem Cross. Und von daher kann es für mich jetzt definitiv auch nochmal zum Retest dieser Linie kommen. Und wir schauen auch mal kurz rauf auf die EMA Ribbons. Gehen wir einmal kurz nochmal in Weekly rein. Haben wir definitiv Korrekturpotenzial. Die 20er EMA Ribbon liegt bei knapp 43.000 minus 10% würden das bedeuten. Und von daher Korrekturpotenzial ist definitiv da. In Bitcoin haben wir auch immer wieder darüber gesprochen. Auch im Daily hier noch ein bisschen Potenzial an die knapp 47.000 Marke. Die können wir heute definitiv in Angriff nehmen. Und von daher schauen wir uns das Ding mal untergeordnet an. Wir haben im gestrigen Video schon ausführlich darüber gesprochen. Also falls du noch nicht gesehen hast, gerne angucken. Wir befanden uns hier in Bitcoin in so einer genannten Indecision Zone. Das heißt, der Markt wusste nicht, in welche Richtung es weitergehen sollte. Das heißt, wir hatten hier ein bullisches Key Level, was gehalten hat, wo der Markt erstmal raus reagiert hat. Wir haben hier aber auch ein bärisches Key Level, wo es zunächst zu einem Fake Out kam. Und dann letzten Endes der Drop in unser Bullen Level. Und seitdem her befinden wir uns eben zwischen diesen beiden Key Leveln. Darüber hinaus wurde auch jetzt nochmal der vorherige Support natürlich jetzt wieder Widerstand angetestet. Und wir sehen es jetzt hier untergeordnet. Der Markt hat versucht, bullische Strukturen aufzubauen. Hat sie jedoch nicht finishen können. Das ist für mich ein weiteres bärisches Zeichen. Und danach kam es letzten Endes auch zum Durchbruch nach unten heraus. Unser, sag ich mal, Bullen Level wurde hier nicht mehr akzeptiert. Und deswegen sehe ich Bitcoin jetzt in diesem Fall erstmal weiterhin bärisch. Wir sind jetzt zwar in diesem Bullen Level, was nochmal angelaufen wird oder angelaufen worden ist bereits. Wir befinden uns noch da drin. Nichtsdestotrotz gibt mir, sag ich mal, die Reaktion hier von unserem Widerstand plus nicht abgearbeitete Sequenz plus Bruch unseres Bullen Levels. Dieser kleinen intern. Die, ja sag ich mal, Bestätigung. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es hier weiterhin bärisch fortlaufen wird. Und von daher passt es auch zum übergeordneten Fahrplan, ist Korrekturpotenzial da. Und von heute oder daher können wir definitiv heute die Woche definitiv die Level 47.000, 46.700 und wenn nicht sogar, wenn dieses Low hier nicht hält bei 46.000 in etwa, definitiv weitere Down-Movements sehen. Springen wir rüber zu Ethereum und auch hier sehen wir zwei bärische Weekly Candle Closes in Folge. Ersten Hanging Man, bärisches Zeichen. Jetzt ein Doji, neutrales Zeichen. Das heißt, der Markt weiß auch hier nicht, in welche Richtung es erstmal weitergehen soll. Nichtsdestotrotz gucken wir uns natürlich auch hier den 20-Day Moving Average an in der Weekly. Und von daher haben wir hier Korrekturpotenzial bis knapp an die 2630er Marke. Über 16% Verlust wären das. Gucken wir uns natürlich auch hierzu nochmal die EMA Ribbons an. Auch hier, klar, ist das gleiche der 20-Day Moving Average. Also von daher hier im Weekly definitiv Korrekturpotenzial. Gucken wir uns das im Daily an. Wir haben auch den Retest hier schon einmal gesehen. Der 20-Day Moving Average hat immer wieder gehalten. Jetzt konnten wir kein neues Higher High bilden. Für mich ein bärisches Zeichen. Und deswegen kann es definitiv zum Retest, erneuten Retest kommen. Wenn nicht sogar zum Retest weiterer, unterer Level. Gucken wir uns das Chartbild auch selbstverständlich nochmal untergeordnet an. Und auch hier habe ich nochmal ein bisschen was, sage ich mal, in die Tiefe analysiert, Freunde. Das heißt, wir haben hier letzten Endes den Versuch gehabt, hier eine Schulter-Kopf-Schulter, eine Inverse zu formen. Der Ausbruch ist letzten Endes nicht geglückt. Und seitdem haben wir eine bärische Sequenz gebildet. Eine bärische, gelbfarbene interne Sequenz. Die letztendlich aber auch ihre Ziel-Level wiederum in einem Bullen-Key-Level haben. Auch hier hatten wir das Chartbild so benannt, dass es eine Indecision-Zone ist. Wir müssen uns dem Markt erstmal die Richtung vorgeben lassen, um letzten Endes trade-technisch wieder aktiv zu werden. Und wir sehen, was passiert aus diesem Bullen-Key-Level plus Bären-Ziel-Level. Der Markt hat versucht herauszureagieren, hat auch hier versucht, bullische Strukturen aufzubauen. Nichtsdestotrotz wurde das Key-Level der Bären hier, sage ich mal, respektiert und hat gehalten. Die Sequenz wurde nicht gefinisht und auch hier wurde das nächste Bullen-Level zerstört. Und von daher sind das für mich weitere bärische Anzeichen, bärische Signale, dass es definitiv auch hier zu einer weiteren Korrektur kommen kann. Wo sind die, sage ich mal, Ziele dieser ersten zwischenzeitlichen Korrektur? Definitiv das Low hier bei knapp 3065. Die markante Level hier bei der 3000er-Marke sehe ich definitiv machbar, sage ich mal, diese Woche, falls es zur Korrektur kommen sollte. Und unsere ultimativen Targets natürlich liegen weiterhin bei knapp 2540. Schauen wir uns ganz, ganz wichtige News an, Freunde. Eine Eilmeldung von heute Nacht bzw. gestern Abend und wir sehen es hier. Bitcoin wird offizielle Staatswährung von El Salvador am 7. September. Es ist schon lange heraus, dass El Salvador den Bitcoin als Zahlungsmittel eingefügt hat. Nichtsdestotrotz stand immer noch im Raum, wird es jetzt die offizielle Staatswährung? Und jetzt hat, sage ich mal, der Präsident Salvadors bestätigt in einem Gespräch, dass es zu dieser Umsetzung der bevorstehenden Pläne am 7. September kommen soll. Das heißt, Bitcoin wird zu einer offiziellen Staatswährung. Nichtsdestotrotz ist es optional, es ist nicht verpflichtend und, sage ich mal, die Einwohner von El Salvador haben die Möglichkeit, hier eine sogenannte Chivo-Wallet-Anwendung herunterzuladen, die eben am 7. September zur Verfügung steht. Und somit erhält jeder Bewohner, Einwohner von El Salvador Bitcoin im Wert von 30 Dollar, wenn er dem nachgeht. Nichtsdestotrotz hatte ich auch gesagt, es ist keine Verpflichtung, diese Wallet herunterzuladen oder eben Bitcoin als Zahlungsmittel zu nutzen. Es ist alles optional. Nichtsdestotrotz ist es für mich eine sehr, sehr bullische News, dass El Salvador mit ihren Plänen, sage ich mal, auch der Präsident, sage ich mal, an seinen Plänen festhält und mit dieser Einführung durchzieht. Ganz kurzer Blick auch nochmal hier auf ETH BTC. Wir befinden uns weiterhin in dieser Seitwärtsphase. Wir hatten den Ausbruch aus unserem vorherigen Widerstand gesehen. Ich habe es gesagt, wenn er angelaufen wird, sehe ich ihn brechen. Er ist gebrochen. Seitdem hangeln wir uns jetzt aber langsam, aber sicher immer weiter darüber entlang. Und ich hatte auch gesagt, hey Freunde, wenn wir jetzt nicht zeitnah eine Reaktion hier heraussehen, eine bullische Reaktion, dann sehe ich den Markt definitiv hier nochmal reinfallen in unser Korrekturlevel und die unteren Level anlaufen. Auf 61.8, 66.7er. Nichtsdestotrotz, ich bin weiterhin bullisch eingestellt, Ethereum gegenüber Bitcoin und von daher sehe ich den Markt jetzt zeitnah mit einer Reaktion. Kurze Zusammenfassung meinerseits nochmal. Ich sehe den Markt diese Woche eher bärisch weiterlaufen. Es sind immer mehr und mehr bärische Signale, die sich häufen, werden immer wieder bestätigt, die Strukturen. Und von daher sehe ich Bitcoin und Ethereum diese Woche ja nicht allzu glänzen, nicht allzu viele Gains einfahren. Wir befinden uns in der Seitwärtsphase. Klar, die Seitwärtsphase kann definitiv noch weiter andauern. Nichtsdestotrotz sehe ich eher die Bären aktuell am Ruder. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, wenn dir der Wochenausblick hier auf dem Kanal gefällt, der Content, die Trading Ideen, Live Trades etc. Smash the Like Button, lass ein Like da, abonniere diesen Kanal, werde Teil unserer Community. Wir wachsen täglich und ganz ganz wichtig, aktiviere die Glocke, damit du keiner dieser wichtigen Updates mehr verpasst. Und von daher wünsche ich euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Wochenstart und wir sehen uns morgen zum täglichen Bitcoin und Ethereum Update wieder. Bis dahin, ciao.